Hi, mein Name ist Philipp, ich bin Make-up-Artist und Markenbotschafter von L'Oréal Paris und ich bin heute hier mit der fabelhaften Saron und der bezaubernden Alisa. Ich freue mich sehr, dass du auch dabei bist. Und wir zeigen euch einen täglichen Look, der healthy, glowy und shiny ist. Und so geht er. Das Wichtigste bei unserem Look ist natürlich die Pflege und darauf wollen wir absolut nicht verzichten. Und wir haben hier eine absolute Neuheit von L'Oréal Paris, das Tinted Serum. Super nice, weil es hat nämlich 1% Hyaluron, also wir haben auch noch einen glätternden Effekt, wir haben einen aufpolsternden Effekt. Ebenfalls wichtig hierbei, dass man die Augenpartie mit einbezieht. Weil auch da wollen wir natürlich einen polsternden Effekt haben. Wenn euch die Deckkraft nicht genug ist, in der Augenpartie zum Beispiel, dann greift einfach zu dem Perfect Match Concealer. Da ist nämlich auch Hyaluron drin, ist sehr pflegend und gibt euch nochmal ein bisschen mehr Deckkraft. Wir haben das Hautbild schon sehr, sehr shiny und glowy und healthy kreiert, aber mehr ist mehr. Deswegen nutzen wir hier einfach auch nochmal die Glowdrops, um halt noch ein bisschen mehr Sparkling der Haut zu verleihen. Einfach oberhalb der Wange auftragen, ein bisschen auf dem Nasenrücken, ein bisschen am Lippenherz und dann gut mit dem Finger verteilen. Nächster Step, die Augenbrauen. Diese definieren wir minimal, indem wir kleine Haare zeichnen und diese dann anschließend verblenden. Weiter im Programm und zwar mit diesem Prachtexemplar, der Volume Million Lashes Balm Noir. Sie gibt dir mehr Länge, mehr Tiefe und mehr Volumen. Und so sieht diese kleine Bürste aus, was dieses Wunder vollbringen kann. Genau mit dieser Bürste bekommt ihr das Volumen am besten erzielt, wenn ihr gut am Ansatz anfangt, es in die Längen zieht und das gleiche nur nochmal von oben macht. Damit bekommt ihr mehr Volumen, mehr Länge und vor allem halt habt ihr die Pflege überall gleichmäßig aufgetragen und seid bestens gepreppt und die Wimpern stabil, schwarz und sehr, sehr voluminös. Jetzt geht es weiter zu den Lippen, wobei eigentlich kann ich euch noch ein kleines Feature zeigen, wie wir auch die Augenform ein bisschen verändern und zwar so. Mit den Oil Eyeshadows, wie der Name schon sagt, sind auch da fliegende Inhaltsstoffe drin, also auch da sehr gut geeignet für eure Augen. Damit gehe ich ganz leicht minimal am Wimpernkranz entlang und ziehe das nach außen. Damit geben wir dem Auge nochmal einen anderen Shape und wir ziehen das Auge nochmal ein bisschen mehr in die Länge. Jetzt geben wir noch ein wenig mehr Highlighter dazu, um das Auge mehr zu öffnen. Auch dazu nutze ich unsere Eyeshadows. Schönes Augeinnere. Und gerne einfach ein bisschen tupfen und mit dem Finger nachgehen, um das gut zu verblenden. Den oberen Part, den haben wir jetzt fertig. Jetzt geht es weiter zu den Lippen und da kommt natürlich einer meiner Lieblingsprodukte zum Einsatz. Derjenige, diejenige, die mich kennen, wissen, dass ich liebe, liebe, liebe Lip Liner. Und wir haben jetzt ganz viele verschiedene Farben im Sortiment. Und das ist der Colorige Le Liner. Wie der Name schon sagt, Name ist Programm. Legen wir mal los mit der 300. Lasst mich gucken. Der 302. Und jetzt kommt ebenfalls eine Neuheit. Und zwar dieses Prachtexemplar hier. Das ist der Colorige Le Nuit. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn noch nie aufgetragen. Das werde ich jetzt auch zum ersten Mal machen. Mal schauen, wie uns die Farbe gefällt. Und neben dem präzisen Auftragen, was der Applikator quasi hergibt, sind da auch noch pflegende Inhaltsstoffe drin. So, die Lippen sind auch done. Und von mir noch ein kleiner Fun-Fact. Einfach ein bisschen von dem Lippenstift auf den Wangen auftragen. So. Und dann haben wir auch noch da ein bisschen Farbe und können das ideal als Rouge nutzen. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Haben nicht noch ein Produkt extra, nicht noch einen Pinsel extra, sondern haben hier einfach direkt so ein 2 in 1 Produkt. Und es matcht auch ganz gut mit der Lippenfarbe. Also nutzt einfach die Lippenfarbe auch auf den Wangen und ihr habt einen schönen Effekt nochmal erzielt. Vielen lieben Dank. Der Look ist fertig. Ich danke dir vielmals. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Und bis bald. Ciao. Ciao.